Moin Leute! Heute wollte ich euch mal ganz kurz den Master System Emulator auf dem Nintendo DS vorstellen für den Nintendo DS komplett in deutsch, was ich auch sehr genial finde Spielladen Master System bei Objektiv etwas aus dem Seelen wird dieses einen weil ich bin auch ein sehr großer Fan des Master System frühe gewesen den kenne ich halt auch aus meiner Kindheit und ja und ne Runde Alex Cat oder Sonic 1 und 2, ich bin mir auch gerne mal 2, ich bin mir auch gerne mal 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10